So, hallo meine Lieben. Weiter geht's mit einer weiteren Folge GTA 5 Online. Wieder das gleiche Capture wie in dem Video davor. Denn das ging mir zu lang und weil ich die Zeit nicht gestoppt habe, weil ich ja mit der Playstation 4 maximal nur 15 Minuten aufnehmen kann, habe ich das Ganze mal in zwei Videos gepackt. Ich hoffe, die Videos werden nicht zu kurz. Aber ich sehe schon, die Ausgangszeit 15 Minuten war oder ist der Wagen ja eigentlich ganz gut. Jetzt starten wir mal von dem Punkt, wo die gestartet sind. Naja. Die haben wenigstens mal oben nicht die Landebahn. Also ich freue mich von euch über jeden Klick, über jeden Like und über jedes Abo. Wenn ihr Fragen an mich habt, natürlich sinnvolle Fragen und auch keine perversen Fragen, könnt ihr sie mir in die Kommentare oder per Mail schicken. Und wenn ich genug Fragen zusammen habe, kann ich ja mal ein Fragen- und Antworten-Video dazu machen. Mal als kleines Special. Und wie es auch immer heißt. Ja, die sind auch oben nicht gelandet. Und wir landen. Die wollten nicht abschießen, aber das war nicht geschafft. Komm wir helfen denen mal ein bisschen und bringt das was? Anscheinend nicht. Aber naja. So haben wir einen guten Hettet. So, gehen wir schnell zu so einer Baestra und holen den zweiten Hund. Oh, der wurde zerstört und hat Selbstmord begangen. Schade. Für ihn. Nicht für mich. Ja, ich find's wieder sehr schade, dass die nicht mit dem Headset haben. Ich hab' mir die Taktik mit dem Geteilten auf Hilfe von dem Janky Unit 91 abgeguckt. Janky Unit, wenn du das jetzt gerade siehst, liebe Grüße. Und auch wenn ihr zuguckt, liebe Grüße an die Couch Gamer. Higmo und Johnny. Und natürlich auch liebe Grüße an alle anderen, die auf mein Video gucken. so. 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 Ich hab' schon einen eingesammelt, die noch nicht. So. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt in der Zeit noch. Ich hab' ja insgesamt nur 15 Minuten Zeit. So. Jetzt haben wir sich... Die haben den Midget zerstört und haben sich B das Horn rausgekloppt. In einem Team kloppen sich gegenseitiges Horn raus. Das ist auch nicht grad dumm. Auch nicht grad schlau, wollte ich sagen. Entschuldigung. 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 Von der Tür. Ach, aber wir steigen aus. Oh. Okay. Ich wusste nicht, dass der Schleudersitz hat. Warum hat er nicht so gut gebremst? Soll ich wieder so weit laufen. Ja, ich bin noch mit Jogginghosen und so angezogen, weil ich war ja über die Weihnachtszeit und so wie der Weihnachtsmann angezogen. Und hatte auch ne Maske, deswegen konnte man mein Clowns Make-up nicht sehen. Aber jetzt ist alles weg und meine schöne Sonnenbrille, die ich hatte, ist auch weg. Muss ich mir mal wieder neue Klamotten kaufen. Oder vielleicht ist es ja sogar noch gespeichert. So. Steigen wir hier wieder ein. So. 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 Ich habe noch eine Ergänzung. available. So. 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 So, so. Säureliebe, ich habe... ...gewonnen. In dieser Runde. Aber ich denke mal, das genügt. Und damit beende ich das Video und sage Tschau Tschau.